So, moin zusammen. Wir hüpfen jetzt ab nach Bleasdale und wir hoffen, dass wir keinen Flurgeist oder Dachbodengeist haben. Und wir hoffen, der Breaker ist auch nicht auf dem Dachboden. Mal schauen, jetzt ist er bestimmt auf dem Dachboden. Breaker. Oh, er ist an der Treppe. Okay, Breaker ist schon mal gut. Yo. Repel, EMF, Sanity. Okay. Aber wenigstens kein Nebel. Okay. So, wir bereiten alles vor und sind gleich wieder da. Okay, Leute, dann hüpfen wir rein. Übrigens, wir haben ein schönes Sunrise-Wälder. Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Oh, und ich sehe eine Skybox. Okay, dann tobt euch mal aus. Okay, jetzt ist ein Handdruck. Ich dachte schon, das wäre was. Okay, eines meiner Lieblingsverstecke hier ist frei. Wo ist der Knochen? Kein Knochen. Ja, schön den Knochen suchen. Ah, ich bereite schon mal direkt das Versteck hier vor. Moment, noch eins mal. Die fehlt. Der Ofen ist an. Ja, der Ofen geht an, wenn der Breaker an ist. Und Kücken, ist da hinten ein Versteck? Nö. Also, das ist ein Bezug gebucht. Knochen hast du auch kennengefunden? Nö. Ich habe jetzt nicht so genau nachgeguckt. Hier oben ist ein Versteck. Im zweiten Schlafzimmer, hinter der Abtrennung. Okay. Das sieht hier... Das hier sieht schön aus. Mit dem Sonnenaufgang. Aber das Versteck hier ist leider nicht da. Oh mein Gott, sag mir bitte nicht, dass es auf dem Dachboden ist. Habt ihr schon den Knochen? Nope. Also unten habe ich alles durchsucht. Oh mein Gott, bitte lieber Gott. Nein, tu uns das nicht an. Ich guck noch mal oben. Ja, guck mal oben mit nach dem Knochen. Boah, die Badezimmer sehen wirklich sehr sauber aus. Show us. Geh was das sein. Are you here? Where are you? Show us. Also. Die gute Nachricht ist, auf dem Dachboden sieht es so aus, als ob alles da ist, wo es sein soll. Ich hätte auch keinen Bock auf dem Dachboden gehst. Was meinst du, wie schlimm das in der Originalversion war? In der Originalversion hattest du hier oben gar keine Möglichkeit, Fingerabdrücke zu kriegen. Echt? Außer dem Lichtschalter. Aber den müssen die auch erstmal benutzen, ne? Also hier oben ist auch kein Knochen. Glaube ich zumindest. Oh, man kann das Kissen nicht aufheben. Schade. Kann sein, ja, aber ich hab mich da oben noch nie versteckt. Okay, jetzt nur noch die beiden Räume hier. Okay, sucht ihr mal den Knochen zu Ende. Ja, ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Perfekt. Wo war der? Äh, in diesem Badezimmer hinten durch. Warte mal, ich hör'n Ventilator und ich hör'ne Tür. Hä? I did not do anything. Hast du'n Ventilator hier angemacht? Ich nicht. Nein, der ist... Der hier... Ich hör'n Ventilator. Ich weiß nicht mehr, wie man den anmacht. Hier ist auch nichts. Hier drin vielleicht. Nee, der ist auch raus. Ich hör' irgendwo einen Ventilator. Ist das unten oder was? Kann gut sein. Im Wohnzimmer. Wohnzimmer, ja. Unten ist das vielleicht. Der ist auch ein bisschen zu leise. Oder hier oben. Aber ihr hört den auch, oder? Ja, ja. Ich bin nicht Baller, Baller, ne? Aber leise. Hier ist der lauter geworden. Hier, hier, der hier im Wohnzimmer. Ja, okay, dann haben wir unseren Geist. Cool, unser Versteck ist direkt hier. Perfekt. So, dann gucken wir mal, ob der auch wirklich da ist. Ich hab' ja schon alles hingedrückt. Ich hoffe, der ist da. Ziemlich kalt hier. Na komm, Thermo. Aktualisier' dich richtig. Zehn Grad ist zu warm. Ich weiß nicht, es ist kälter als im Rest, ja. Aber, ja. Okay, ein kurzi hier. Ich kann ja nochmal gucken. Ein kurzi hier. Die Kisten nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, was muss ich die Bücher um platzieren? Meine Kissen. Ach, die Kissen sind so schwer, weißt du, da sind Steine drin. Ähm. Wo ist noch ein EMF? Äh, warum ist das kurzi hier weg? Achso, da ist das Buch. Äh, wo ist noch ein EMF? Ich hab' meins, äh... Achso, ich, ja. Meins liegt schon bei der Kutsi. Hier, bitte, bei der Couch das andere EMF hinlegen, bei dem Kutsi. Meine Kissen. Probier mal Spiritus-Bug. Ich hab' meins auch schon da hingeschmissen. War ich? Die Sensoren schon? Ne, ich hab' meinen EMF schon hingeschmissen. Oh, wir haben Spirit-Bugs. Mh-hmm. Wir haben Spiel... Nimm dir ne Kerze und beobachte deine Sanity, der wirft hier ordentlich Sachen. Äh, warte, 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 warte. Da lassen wir irgendwas drin? Ne, zu drei. Okay. Äh, kann mir jemand die Kerze hernzünden? Die Nostwürf-Andrea, äh... Ich hab's gefunden, das lag hier woanders rum. Ich kann noch... Die dürft's nicht so nah aneinander tun, die haben eine Range von sieben Metern. Waaah? Ja. Wusste ich gar nicht. Deshalb sieht man die auch manchmal durch die Wand. Ich benutze kurz Feuerarzt. Ja, zünd die dir ruhig an, halt sie in der Hand und dann guckst du nachher mal nach der Sanity bei dir. Oh mein Gott! So, ich mach jetzt so. So. Den Breaker, mach ein Foto vom Breaker, bitte. Wo? Ach, da. Unter der... hinter der Uhr. Warte mal, kannst du eins machen? Ich hab ne Kamera, ich mach schon. Okay, Jin ist auf jeden Fall raus, aber ich glaub, Jin war eh raus durch die Spiritbox. Wo ist mein Feuerzeug? Okay, ich hab's. Äh, hat der Geist das Licht gerade angemacht? Halmy ruft an. Nee. Okay, give us a sign, where are you? Are you here? Okay, äh, was kann denn noch sein? Die Tür hier mach ich mal auf. Schon wieder ein Skybox. War bei mir auch gerade. Jetzt mal nach der Sanity gucken. Schreib ins Buch. Okay, ich mach die Fotos. Wir haben ein Buch und Spiritbox. Schon wieder die gleiche Kombo wie vorhin. Okay, Küken, was sagt deine Sanity wegen Moral? Äh, 64. Also ist nicht massiv gedroppt, ne? Nee, nicht wirklich. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Er hat dann ja ein Fischer das Licht angemacht. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Keine Fingerabdrücke. Er hat hier was geworfen. Ich weiß nicht, wo. Weißt du was? Achso, die Kamera hier ist verbraucht. Hier ist auch noch. Ich weiß nicht, was er so warf. Er hat lang nach einer Tasse oder so. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Where are you? Are you here? Are you close? Da ist ein Fußabdruck. Kannst du fotografieren. Where are you? Are you here? Are you close? What do you want? Why are you here? Den Fan? Habt ihr den angemacht? Macht ein Foto vom Fan? Ich mach das. Nee, noch nicht. Hat noch keiner. Ja, mach du das, Mama. Den Knochen hatten wir, ne? Okay, was ist mit dem anderen Buch? Hat er da reingeschrieben? Nö, hat er noch nicht. Nee, die Tür hier gerade angefasst. Welche Tür? EMS, 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 EMS. Die Küchentür. Ja. Okay, warte, ich mach Foto. Ah, shit, war das zu weit weg? Nein! Ich hab sie zugemacht, also. Das waren nur zwei Sterne. Oh, Mann. Egal. Ja, boah. Ja, Manni. Aber. Okay, also, Küken, deine Sanity war ja nicht rasant runtergerasselt, ne? Nee, äh, der hat zum Arsch gekriegt. Ja, die war jetzt schnell wieder weg. Ein Foto machen, ist sie wieder weg. Warte mal, der Geist hat da hinten in der Küche das Licht angemacht, oder war das einer von euch? Welcher hatte ja vorhin Lichtschalter gehört. Ich hab nichts gefahren. Du hast kein Licht in der Küche angemacht, als du vorhin nach dem Knochen gesucht hast, ne? Ah, ah. Oder? Nee. Nee. Okay, dann ist es auch kein mehr. Das heißt, Spirit Poltergeist Deochen. Da sind sie schon wieder. Da hinten steht sie als Schatten. Ach, das ist wieder das Kabelkind. Da macht gar keinen Bock, ey. Gut, der macht aber richtige, der macht aber richtige Berge hier. Vielleicht ist es ein Poltergeist. Den Färden könnt ihr fotografieren? Ja, mach ich's. Den hab ich ausgemacht. Achso. Ja. Ja, okay. Die Kameras, die Bilder sind... Bloß nicht. Der macht schon richtige Berge. Oh, vielleicht ist es ein Poltergeist. Hat der einen Multithrow gemacht oder sowas? Nein, aber er macht so viel halt von dem. Aktivitäten war sehr hoch. Toll, jetzt hab ich dem hier die ganzen Kissen weggenommen. Warum sind die versteckte Kinder? Ja, direkt in dem Büro. Welches Büro hier? Ja, das Büro direkt vorne. Okay, er hat instant einen Wurf hier gemacht. Hilf mir mal, Items hier reinzuschaffen. Ich muss Häufchen hier machen. Itemhaufen. Bring mal ein paar Items von der Küche. Ja. Ich sagte von der Küche. Hier hole ich schon. Ich muss nicht. Okay, so. So. Die Sanity müsste auch schon ziemlich low sein, glaube ich. Wir müssen nämlich nach Poltergeist gucken. So. Ja, dann hole ich sie eben. Na komm, heb auf. Wenn der jetzt handelt, habe ich keinen Smudge. Smudge. Okay. Show us. Give us a sign. Okay, jetzt habe ich wieder einen Smudge. Wir müssen die Items ein bisschen beobachten. Ob der die auf einmal wirft. Wow, das war ein weiter Wurf. Der hat jetzt gerade ein Item wirklich ziemlich weit geworfen. Aber es muss nichts heißen. Ich habe auch Phantoms erlebt, die sowas machen. Am Küken irgendwas auf dem Activity Board gewesen. Irgendwie einen hohen Ausschlag da. Multifrow oder so. Nicht wirklich. Nur ein Mini-Berg gerade. Kann man sich hier nicht verstecken am... Dings. Am... Breaker. Nur wenn die Kiste da ist. Ne, da ist keine Kiste daneben. Dann zählt es nicht als Versteck. Hand. Hand. Ja, Hand, Hand, Hand. Hier rein. Shit. Deochen. Deochen. Ich bin tot. Es ist ein Deochen. Komm hierher. Kiki, geh weg. Komm raus da. Raus da. Deochen, das ist jetzt stecken. Es ist ein Deochen. Ist der Hand vorbei? Hat aufgehört, hat aufgehört. Hat aufgehört. Boah. Boah. Ich dachte, warum wird der auf einmal so langsam, ey? Scheiße. Das ist ein Deochen. Wir haben alles. Boah. Boah. Oh Mann, oh Mann. Alter. Oh, Schweine gehabt, du. Boah, gut, dass ich die Smuggies alle dahin getan habe. Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre ein Poltergeist. Echt, wegen dem ganzen Theater, was der gemacht hat. Das wäre vorbei. In Deochen habe ich total verdrängt. So, hier. Jetzt gibt es erstmal flauschige Kisten zum Kuscheln und Liebhaben hier. Ja, ja, ja. Okay, tag Deochen ein. Das ist jetzt eindeutig. Oh mein Gott. Alle, die sich hier zugeschaltet haben. Wir waren jetzt im Grafabarbenhaus, im Großen. Und, ja, wir haben gerade ein Deochen herausgefunden, was da ist. Und wir sind jetzt fertig. Genau, haben alle Deochen eingetragen? Ja. Okay, Abfahrt. Oh mein Gott. Ich dachte, wir sind so tot. Wir waren ja da in der Falle. Wir waren in der Sackgasse. Wir mussten da raus. Ja, genau. Wir müssen uns ja nicht versprechen. Ja. Oh Gott, dass ich so viel Sattis hatte. Wie du gesagt hast, raus. Da habe ich dir gedacht, Wendy, warum raus? Da fehlt mir einer. Hast du es nicht gehört, wie langsam der auf einmal wurde? Ich dachte, was wird der gerade so langsam? Und das ist ja das, wenn er in deine Nähe kommt. Der wird dann so arschlangsam. Und wenn das passiert, musst du aus dem Versteck raus. Wir haben so Glück gehabt, ne? Ja, gut, dass ich da... Ich habe drei Smudges geballert, ey. Also normalerweise in der Map, wenn du einen Deochen unten hast, kannst du ganz locker flockig den nehmen und mit dem die Treppe hochmarschieren, durch den ganzen ersten Stock und bis zum Dachboden. Und im Dachboden einmal im Kreis, bis dann ist der Handmeisten schon zu Ende. Bei der Map hier. Oder natürlich in der Küche. Ich war ja jetzt gerade eben auf dem Weg. Ich wollte eigentlich die Treppe hoch und das machen, aber er ist da rumgelaufen, als ich ihm gesmatscht habe. Und ich wollte nicht, dass er aktiv ist, wenn ich in ihm drinne bin. Deshalb bin ich dann doch in Richtung Küche gelaufen und dachte, okay, dann kiten wir den eben da um die Küchenzeile oder laufen bis zum Ende, weil der Hand ging ja nicht mehr lange. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.